Hallo, ich bin Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun schon Mittwoch, den 17.11.2021. Wir nähern uns immer weiter dem Verfall und unser DAX ist heute ein ganz gutes Stückchen nach oben gesprungen, hat sich hier das nächste Ziel geschnappt und ist, anders als hier im Bild, auch tatsächlich schon dran gewesen. Ein kleiner µ fehlt aber noch, oder, na was heißt fehlt noch, eigentlich fehlt nicht, nee, fehlt nicht. Auch eine 2,40, 2,45 ist ein sehr interessantes Ziel, was wir jetzt hier erreicht haben. 2,30 bis 2,45 hat mir, glaube ich, gesagt, oder 2,50, nee, das ist die Zielzone gewesen. Das sind einfach verschiedene Zielprojektionen, die dort einfach ankommen. Egal aus welcher Welle man sich hier irgendwo eine Projektion herleitet, da haben ganz, ganz, ganz viele Schnittmengen. Immer ein bisschen auf einem anderen Fiboniveau, aber auf jeden Fall klastert sich dort so unheimlich viel, dass so eine Zone auch durchaus dann erstmal wieder einen kleinen Teilabschnitt auch beenden kann und unseren DAX hier erstmal wieder in den Rücklauf schicken kann bis 16.123. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, so ein Mittwoch ist eigentlich jetzt nicht so der klassische Rücklauftag. Ähm, genauso wie wir ja auch gestern schon gesagt haben, dass, ne, Dienstag sind immer so viele auf diesen Turnaround aus, halt, ne. Wenn der DAX runterarbeitet, dann klappt das auch ganz oft, aber hoch zu, einfach, ich sag's, jede Woche und immer wieder sitzen die Leute da und traden, den ganzen Tag auf den Turnaround hin, der dann halt einfach nicht kommt. Ähm, zumindest wenn der DAX oben rausarbeitet, sieht man das wirklich sehr, 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 sehr selten. Ähm, so weit ist aber jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Wir hatten ja gesagt, wenn ihr weiter hoch kommt, dann auf jeden Fall da rein in die nächste Zone oder eben gleich schon die da rüber. Der ist nochmal, der ist auf jeden Fall noch aktiv, der ist noch im, 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 im Bullen-Modus drin. Ähm, dreht aber hier sichtbar ein, also man sieht es. Deswegen könnte ich mir einen kleinen, schwächeren Start vorstellen, gut vorstellen. Und, ähm, muss ich jetzt zeigen. Also, ich hätte auf 200, 16.200 hätte ich schon eine untergeordnete kleine Marke. Wenn er jetzt einfach bloß, so sag ich mal, schwach in den Mittwoch rein startet, ähm, und so auf 200 sich schnell wieder hochdreht, das Gap zustießt, falls er ein, äh, kleines Abwärtsgap bringt, und er drückt jetzt sich wieder hoch, ah, dann kann er auch weiter. Dann 2,90 rein, 2,80, 2,90 rein, dann hoch in die 3,65. Das ist alles realistisch möglich, äh, solange sich da über 200 hält. Das, ich würde einfach jetzt einfach Stück für Stück immer weiter hochziehen. 200 wäre für mich jetzt so eine Kante. Ähm, sollte die nach unten fallen, hätten wir dann hier eben Rücklaufpotenzial bis in den Bereich um 15.150. 150 bis, ich sag mal, 15,000, äh, 15.000, sag ich schon, 16.120. 16.120 bis 50, das ist dann hier nochmal so eine kleine Supportzone, wenn die 200 nicht hält. Ähm, wenn die 200 nicht hält, wäre das aber auf jeden Fall dann auch schon ein kleines Umkehrsignal, ein kleines. Ähm, nicht, nicht direkt jetzt hier gleich die erste Katze drunter nehmen, ne? Also nicht jetzt hier so nach dem Motto, naja, jetzt ist er bei 16.1.98, der Martin hat gesagt, 16.200 kann man Short gehen, ne, 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 so ist das nicht gemeint. Also, ich gehe davon aus, dass die 200 erstmal verteidigt wird, ne, dass die nach oben anzieht. Und, ähm, wenn man so eine Stabilisierung sieht, wenn man so einen Auftritt sieht, wenn man dann einen ersten grünen Auftritt hat, äh, ab dann könnte man neue Tiefs unterhalb der 200 dann sogar Short probieren. Doch, das fände ich gar nicht so abwegig, auch wenn wir in einer positiven Trendlage sind, ähm, für kleine Rückläufer. Wenn man denn ein Signal hat, ist ja trotzdem ein bisschen Platz halt, ne, wichtig ist halt nur das Signal auch eben entsprechend abzuwarten. Ja, und sollte weiter oben rauslaufen, dann, dann hat er noch Platz, wie gesagt, na, 2.9, 2.80, die nächste kleine Station. Und dann drüber hier so der Bereich um 3.65, 4.100, das wäre schon attraktiv. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich mir da einen antizyklischen Trade vorstellen könnte, aber ich würde den Bereich mir mal genauer angucken, dann auch auf Tagesebene. Ähm, müsste man aber ein bisschen mehr Platz geben, ich glaube 4.90 kommt noch mal was. Ähm, ja, auf der 4.90 kommt dann noch mal ein wichtiges Projektionsziel. Ähm, hm, 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 wo ist denn 4.90, wenn man das jetzt hier zeichnet, das kriegt ja nicht hin, dass da eine Kerze durchdechtertet. Ja, ja, da wird man, hm, 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 hm. Ich muss ganz ehrlich sagen, 4.90 wird mir fast noch wichtiger als eine 3.65, aber dann kann das vielleicht so laufen, und dass ein 3,65 dann halt auch erst mal sich kräftig abreagiert, dann wieder hochdreht und dann das noch holt. Also auf jeden Fall ist er oben noch nicht, also wir haben jetzt, es ist ein aktiver Aufwärtstrend, unabstreitbar, unabdingbar. Jedes erneute Aufdrehen hat demzufolge auch weitere Hochs zur Tendenz. Aber wir haben ein kleines Eindrehen drin, wir haben hier eine wichtige Ziele, eine wichtige Zone erreicht. Wir haben Eindrehen, können das erkennen und deswegen würde ich schon sagen, also wir gucken uns mal die 200 genauer an. Und wie gesagt, wenn die nach unten aufgibt, dann mal ein bisschen rein hier so in die 16.1.10, 16.1.50, 16.1.20. Das ist so Supportzone Nummer 1 zum Aufdrehen. Und wenn er da drunter geht, dann wird es halt auch schon langsam ein bisschen umkehriger Richtung 16.010. Bis dahin wäre noch nicht mal der Chart negativ, das wäre einfach trotzdem bloß, können dann auch so wieder aufdrehen, das wäre absolut kein Thema rein in die Volumenzone, die er ausgebildet hat. Das wäre nicht mal ein großer Akt. Von daher können wir den Short-Trigger, den wir hier drin haben, den können wir eigentlich noch nur dort stehen lassen. Das nützt ganz, den schon ein bisschen eher hochzuziehen. Aber wie gesagt, unter 200. Würde ich zum Mittwoch schon ein bisschen einen Rücklauf einordnen. Wie gesagt, das ist eine interessante Zielzone, aber ist eben auch noch ein bisschen was möglich. Das sehen wir hier am Tagesschart. Punkt. Punkt, Ende aus. Hier haben wir noch keine roten Tageskerzen. Komm, die sind sie sehr gerne willkommen. Solange sie aber nicht da sind, verkämpfen wir uns noch nicht so sehr auf der Short-Seite. Suchen eher kurzfristige Long-Positionen. Das gleiche, wie was wir jetzt die ganzen letzten Tage seit hunderten Punkten jetzt ja hier schon erzählen. Und er macht einfach nicht, er bringt halt einfach auch keine Signale unten. So viele Chancen ich ihm ja auch immer wieder einräume. Wir sind ja da noch nicht eine einzigste gesetzt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass zum Mittwoch jetzt die 200 Mal angespielt wird. Das ist zumindest mal probiert. Ein erstes Mal, das probiert. Und ich glaube noch nicht, dass es so groß aufgeht. Das würde eher zum Donnerstag Nachmittag dann passen. Aber wir machen uns mal auf. Es ist ein wichtiges Ziel, was erreicht ist. Und ich plane an solchen Stellen dann auch, wenn unten ein paar Signale umklappen, tue ich jetzt auch ein bisschen mehr Rücklaufspielraum ein. Und den hat er letztendlich, bis hier unten kann er das ausnutzen. Also bis 16.010. Das wäre jetzt nicht, das wäre noch im Sinne des bullischen Trends, das Maximale, was es sich an Rücklauf rausnehmen kann. Das Mindeste wäre eine 200. Das Maximalste wäre eine 16.10. Und das Optimum ist so zwischen 16.150 und 16.21. Das sind Rücklaufziele, wenn er uns zum Freitag unter 200 verschwindet. Tja, und alles, was nicht unter 200 ist, sondern was vielleicht über 250 ist, das geht halt weiter hoch. 92, 13, also eher 92, 280 wichtig. Und dann hier die 365, 350. Punkt, Ende, aus. Ding zu. Kiste zu, Klappe tot. Ne, Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch viel Erfolg. So, tschüss. Genau. going. Vielen Dank.